Musik 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 Moin moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Und zwar ist das hier ein Freiarbeitsvlog, denn ich werde heute mit der Snoop Freiarbeit machen. Und ich habe, na, es mal wieder total verpatzt, ein Intro zu drehen. Schon im Stall habe ich es nicht mehr geschafft, ein Intro zu drehen. Das Intro, das ich gedreht habe, da ist etwas drauf, was nicht hochgeladen werden darf. Und generell hat das alles einfach überhaupt nicht gepasst. Deswegen drehe ich jetzt schon wieder hier ein Intro für euch. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass es jetzt schon wieder ein Intro im Zimmer wird, anstatt im Stall in der freien Natur, wie ich es eigentlich machen wollte. Aber lässt sich jetzt nicht ändern. Und ich würde sagen, ich swipe jetzt einmal in den Stall. Und dann seht ihr ein paar richtig schöne Aufnahmen von Snoopy und mir, wie wir den Tag verbringen und wie wir ein bisschen Freiarbeit auf dem Platz machen. Und es sind richtig schöne Aufnahmen geworden, kann ich ja jetzt schon sagen. Weil ich gerade am Schneiden dieses Videos bin und kein Intro habe. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier wieder ewig lang rumlabere, geht es jetzt für euch und mich in den Stall. Okay. Tag, meine kleine Maus. Hallo, Gushets. Hallo. 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 In der Ponyputztasche herrscht Chaos. Was sagen sie dazu, haben sie ein Statement dazu? Oh Gott, vor allem alles voller Haare. Naja, egal. Wenn sie auf, dann geht's. Am Anfang wieder gehören ihre Karte zu. Da war sie, die Karte zu machen. Aber sie lassen sie ihre Karte zu machen. Wenn sie ja nicht so, dannzustehen sie wieder. Da ist eine Karte zu machen. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018